Kurz vor Dschungelfinale. Cosi und Jolina streiten heftig. Das ist eskaliert. Das Halbfinale vom Dschungelcamp flimmert derzeit über die Bildschirme. Lucas Cordalis, 55. Luigi Birofio, 23, Jarmila Rove, 55, Cosimo Zitiolo, 41, und Jolina Menon, 30, kämpfen noch um die Krone. Die Influencerin und der Checker vom Neckar meisterten gestern noch gemeinsam eine Prüfung. Doch jetzt wurde es plötzlich laut zwischen ihnen. Als es um die Nachtwache ging, keiften sie sich schon an. Dann stritten Cosi und Jolina heftig und schnauzten sich an. Die YouTuberin hatte das Gefühl, dass der DSDS-Star sie nicht aussprechen lasse. Vor allem seine Gesprächskultur passe Jolina gar nicht. Er muss lernen, mal aussprechen zu lassen. Klammer Punkt 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 Klammer. Nur weil es unangenehm wird, kann man nicht einfach das Gespräch verlassen. Finde ich scheiße, betonte die Netzbekanntheit, als Cosi nicht mehr mit ihr reden wollte. Der Sommerhaus-Star hingegen habe sich nicht von seiner Mitstreiterin akzeptiert gefühlt. Doch damit nicht genug, Jolina meint, dass Cosi eine Opferrolle einnehme. Du erwartest die ganze Zeit Mitleid und niemand versteht, wie hart es ist, Cosimo zu sein. Du bist ein lebender Clown. Nichts, was du tust, ist nicht nicht aufgesetzt, schoss sie gegen den Italiener und nannte ihn im Einzelinterview auch Riesenbaby. Einig werden sie sich nur bei einer Sache. Sie wollen sich nach der Show nie wieder sehen. Und dann, wenn du siehst, was du tust, schoss sie gegen den Italiener und nannte ihn.